hallo leute ich muss doch noch mal drei videos machen also das heißt ich muss ich möchte zum thema billet the kit spolus verschwunden oder wenn ich dann so als zettel nehmen spolus verschwunden billet the kit hier speziell in der darstellung von billet the kit bei den beiden film also ich habe ja bereits videos darüber gemacht vor ungefähr zwei tagen jahren ganz ursprünglich ein film hier jung ganz 1988 erschienen also da war doch nicht klar dass es noch eine fortsetzung gibt deswegen hat man dann am schluss was real passiert ist oder passiert sein sollte nur kurz zusammengefasst also in form dass da jemand was erzählt hat im hintergrund also unsichtbarer sprecher was erzählt hat dann kam aber weil der sehr erfolgreich war hier jung ganz teil 1 da kam aber zwei jahre später 1990 jung ganz 2 raus wo man da natürlich die geschichte abgeschlossen hat bis zum punkt ermordung wenn man das so nennen möchte also sprich pet gerrit hat billet the kit getötet erschossen also hat gar nicht versucht die leben gefangen zu nehmen und halt warum dann auch spolus verschwunden in gewisser weise zutrifft die theorie billet the kit hätte überlebt sprich pet gerrit hätte jemand anders erschossen hat hat diesen für billet the kit auszugeben oder das wurde nur vorgetäuscht also sprich es gab in weit gar keine leiche also sprich pet gerrit hätte überlebt wäre dann natürlich unter einem anderen als dieser gegend weg also damit er nicht damit das nicht aufliegt der schwindel und hätte angeblich noch bis in die 1950er jahre knapp überlebt und hätte als alter man dann versucht also hier die geschichte hier bill roberts brujy bill roberts oder manchmal auch genannt also eigentlich ollie pi roberts anscheinend gibt es auch unterschiede zwischen oliver roberts wie ich es erst geschrieben hatte also ich dachte ollie ist der abkürzung von oliver oliver roberts umgangssprachlich halt also als spitznamen brujy bill roberts also eine einspielung auf bill roberts also billet the kit in wahrheit und halt roberts der andere name den er dann später verwendet hat dass der angeblich versucht hätte eine begnadigung zu erreichen die ursprünglich billet die kit zu seinen lebzeiten also voran offiziell angeblich getötet worden ist gesprochen wurde die billet die kit nie bekommen hat also sprich er hätte jahrzehntelang irgendwo unentdeckt gelebt und dann als er bereits dem tod nahe war hätte noch versucht nachträglich die begnadigung zu bekommen die rehabilitation die ursprünglich mal versprochen worden ist oder war also sprich er hätte überlebt warum auch wie gesagt sprung des verschwunden zutrifft im titel hier habe ich jetzt eine seite gründer tut mir leid ich musste kurz ein bisschen was erklären hier habe ich jetzt eine seite gründen moment ich gucke mal 355 einleitung about billet the kit also die korrekte ich konnte ja wie gesagt den link nicht eingeben die korrekte bezeichnung wäre www punkt dann komplett zusammengeschrieben about billet the kit punkt com und da wird nämlich auch auf die filme eingegangen hier unten also hier die einzelnen dinge die über billet die kit bekannt sind oder was man recherchieren kann hier fakten also jetzt auf englisch ich habe es halt so gelassen damit man erstmal sieht wenn man die seite suchen würde about billet the kit kommt wie das titelbild aussehen würde also hier die startseite hier fakten gegen mythen billi gegen bruschie also hier bruschie bill robarts angeblich ability kit oder hier history versus also history im vergleich oder gegen young guns also die filme young guns teil 1 1988 erschienen young guns teil 2 1990 erschienen das sieht dann so aus die gründe also das ist wie gesagt die startseite hier bald bildet die history versus young guns also wird dann auch eins meiner vorschau bilder also hier ist es noch nicht übersetzt hier ist der text eigentlich ich hab ihn dann hier ja ich hab ihn dann bereits deutsch übersetzt mit das history versus young guns das würde dann so aussehen also wenn man hier baut bietet die startseite hier unten diesen bereich hier anklickt history versus young guns da geht es um also das ist nur wie sagt man eine zusammenfassung hier unten steht es dann hier young guns also der erste film hier jung ganz teil 1 jung ganz teil 2 die links hier zum anklicken so wird es dann aussehen hier also jung ganz teil 1 hier oben das fett schwarz gedruckte beschriebene das ist immer wie es im film gezeigt wird denn hier unten ist halt die wahrheit im vergleich dazu also ich mach dazu noch videos ich will es jetzt nur zeigen bei jemanden der selber mal auf der seite recherchieren möchte weil wie gesagt hier gibt es ja noch mehr also was ich eben hier schon gezeigt habe hier gibt es ja unterschiedliche abschnitte nicht nur hier vergleich film und realität also hier startseite hier wie gesagt das wäre zum allerersten film hier young guns teil 1 das fett gedruckte wie gesagt wie es im film gezeigt wird hier unten das dünn gedruckte dünn geschriebene halt die wahrheit und hier halt young guns teil 2 gut so wird halt so 27 geschichte versus young guns wenn sie young guns teil 1 und young guns teil 2 gesehen haben und wissen möchten wie genau die filmer waren ohne eine eingehende recherche über bild die kits leben durchzuführen sind sie hier richtig sekunde ich schenke mir mal kurz kaffee nach deswegen musste ich kurz aufhören zu reden sonst würde ich ja neben die tasse schütten wenn ich nicht hingucke also aufpassen was ich mache oder mir auf die hand kippen wenn ich die tasse festhalte und die andere hand die keine festhalte von allen benedict film die die kinoleinwände zum leuchten gebracht und zuschauer auf der ganzen welt unterhalten haben Augenblick noch ich mache mir noch Milchbruchwein kaffee von allen benedict film die die kinoleinwände zum leuchten gebracht und zuschauer auf der ganzen welt unterhalten haben hat kein anderer die kinobesucher so in seinen bann gezogen wie young guns aus dem jahr oder im jahr 1988 also wo damals noch nicht klar war dass es noch eine fortsetzung also einen zweiten teil geben wird mittlerweile soll sogar ein dritter teil geplant sein oder bereits in produktion aber halt wahrscheinlich noch nicht fertig oder noch nicht veröffentlicht also es wäre möglich es kommt sogar ein dritter teil raus der müsste dann aber auch wirklich auf diese benedict ist nicht getötet worden von pet gerrit also sprich benedict hätte überlebt also wie hier der titel sein wird von diesen videos die ich jetzt noch machen werde zu dem thema der spur ist verschwunden weil da hat ja teil zwei aufgehört also wo benedict wie es da im film angedeutet wurde eindeutig nicht die wahrheit wirklich getötet worden ist also sprich entkam und bis in die 1950er jahre hier als bushy bill roberts also sprich seine beknäutigung haben wollte in dem film spielt emilio estevez billy the kid und seine darstellung des berühmten gesetzlosen ist eine der unvergesslichsten kein anderer schallspieler und davon gab es viele verlieh der figur billy the kid so viel persönlichkeit und charisma wer kann dieses unverwechselbare jenen lachen und das freche grinsen vergessen jungans machte billy the kid zu einer einer neuen generation von menschen bekannt oder erst bekannt die noch nie von diesem legendären gesetzlosen gehört hatten und bekehrte treue billy the kid fans also die bereits fans waren von billy the kid und überhaupt sich mit der thematik oder mit der geschichte befasst haben wie gesagt man darf nicht vergessen es war jahrzehntelang dieses foto von billy the kid im umlauf also wo behauptet worden ist aber links hinter bis sich herausgestellt hat in Wahrheit war das sehr seitenverkehrt also gespiegelt die fotografie und der einzige das einzige nachschlagewerk was es gab also worauf sich viele die bücher zu dem thema veröffentlicht haben äh gerufen haben oder äh das als quelle genannt haben das war dieses buch von pet gareth selber hier der authentic life of billy the kid also eigentlich hat es noch einen viel längeren titel gehabt also es war auch fast hier äh ein titel hier der ganze abschnitt angenommen der oder der hier also mehrere zeilen aber halt in einem satz also ein satz der aus drei oder vier äh textzahlen äh bestanden hat der richtige komplette titel also das ist nur die verkürzte äh der verkürzte titel der authentic life also das authentische leben von billy the kid also es gab dieses nachschlagewerk worauf sich viele berufen haben von pet gareth selber verfasst er hat einen ghostwriter das buch schreiben lassen also er hat es nur unter seinem namen veröffentlicht dann und äh dieses foto wo sich herausgestellt hat es war verkehrt rum also billy the kid war in Wahrheit doch nicht links hinter bald darauf im jahr 1990 folgte eine fortsetzung jürgen ganz teil 2 es sagte in einem interview dass der erste film er ein in anführungsstrichen heavy metal western gewesen sei also hier video clip artig also mtv generation angesprochen hat sowie halt auch schon musik videos die praktisch wie kleine filme sind gemacht worden sind also musik videos zu bestimmten liedern zu bestimmten sehr bekönnten liedern die dann wirklich eine richtige handlung hatten also im musik video also wie ein kleiner film halt also man sieht nicht nur die band oder den sänger von einer band wie er da steht und singt sondern man sieht in der regel gar nicht irgendwo die gruppe also die person die singt oder halt die ganze gruppe sondern man sieht halt nur eine handlung also wie ein kleiner film halt halt ein sehr kurzer film in dem fall verglichen jetzt musik videos mit richtigen spielfilmen im maio esterwes sagte in meinem interview dass der erste film eher ein heavy metal western gewesen sei und er zitat einige der fehler richtig stellen und einen akkurateren film machen wollte also mit teil 2 ja young guys teil 2 blaze of glory flammen da oben die fortsetzung hatte tatsächlich einen anderen stil als der erste also young guys teil 1 1988 und young guys teil 2 1990 aber was die genauigkeit angeht passiert sie wie der erste film ich will jetzt mal hinzu natürlich natürlich mehr auf mythen als auf fakten also sprich auch da haben sich viele eingeschlichen ich habe in den videos die ich vor zwei taten gemacht habe gesagt diese serie die da gerade auf magenta tv läuft mcm war glaube ich der produzent von dieser serie hier diese serie mobility kids 2 stoppen ich habe es bis ungefähr Mitte der zweiten stoppe geguckt und es hat mir absolut nicht gefallen also ich habe dann abgebrochen jetzt habe ich es aber herausgefunden sie ist doch eher realistisch diese serie natürlich nicht so besonders also trotzdem nicht so besonders und äh die filme wie ich gedacht hatte hier pat garrett jagt billy de kitt von researcheur sam packing par mit chris christopherson also dem schauspieler chris christopherson in der rolle von billy de kitt und mit james coburn in der rolle von pat garrett aus dem jahr 1973 oder young guns aus dem jahr 1988 mit emilio estevez als darsteller von billy de kitt und auch in der zwei jahre später erschienenen fortsetzung im zweiten teil young guns teil 2 place of glory flammt herum ebenfalls mit emilio estevez in der hauptrolle als billy de kitt ich dachte die wären relativ realistisch oder authentisch aber natürlich haben sich da genauso viele eigentlich liegen also manche fehler waren offensichtlich also sprich dramaturgisch also so gewollt mit absicht falsch dargestellt oder einiges verallgemeinert und zusammengefasst aber es war doch mehr in dem film falsch und die serie ist jetzt sogar realistischer als die aktuelle serie wenn auch nicht so besonders also von den schauspielern her von der darstellung her weil ich habe ja hier billy de kitt sein leben das was bekanntes zusammengefasst in den videos und da hat sich herausgestellt also da ich die serie bereits vorher gesehen hatte dass da doch das korrekt dort in dieser aktuellen serie in der relativ aktuellen serie gezeigt wird also auch hier die filme haben fehler gemacht warum ich jetzt überhaupt noch weitere videos zu dem thema mache weil mir geht es ja hier um die fakten also sprich natürlich sind die filme trotzdem gut also sowohl die version von sam pecking war im jahr 1973 als auch jung ganz teil 1 aus dem jahr 1988 oder hier jung ganz teil 2 aus dem jahr 1990 aber es haben sich Fehler eingeschlichen zu den fehlern komme ich warum es dann hier jetzt insgesamt drei videos werden das ist jetzt video nummer eins die fortsetzung hatte tatsächlich einen anderen ziel also jung ganz teil 2 als der erste aber was die genauigkeit angeht basiert sie wie der erste film mehr auf mythen als die fakten der wahrscheinlich größte einfluss dieses films auf die geschichte von billy the kid in der modernen ära war seine veröffentlichung und wiedereinführung von brujy bill roberts das ist eine mann der in den späten 40ern also 1940er jahren also sprich bereits im 20. jahrhundert dann billy the kid und die anderen haben ja in der regel alle im 19. jahrhundert gelebt also bis 1900 oder halt kurz nach dem jahr 1900 das war brujy bill roberts in den 1940er jahren also bevor der dann offiziell verstorben ist mit 90 oder über 90 eine mann der in den späten 40ern also 1940er jahren behauptete billy the kid gewesen zu sein unglücklicherweise führte diese umstrittene figur zu einer erbitterten kluft zwischen den billy the kid fans die young guns filme führten zu vielen mythen über billy the kid wie beispielsweise seiner übertriebenen freundschaft mit pet gerrit also sprich selbst dafür gibt es nicht eindeutig belege sprich möglicherweise waren pet gerrit und billy the kid war keine freunde und war noch nie vorher als gesetzlose in einer bande gemeinsam unterwegs bevor dann pet gerrit gerrit geworden ist und sich auf die jagd nach billy the kid gemacht hat und ihn möglicherweise wirklich ganz offiziell getötet hat also eindeutig unzweifelhaft nachgewiesen sprich es könnte auch sein die beiden sind sich vor dem pet gerrit billy the kid getötet haben soll nie begegnet sprich also sie waren nicht in wahrheit freunde oder kameraden in einer freunde von gesetzlosen beispielsweise seine übertriebenen freundschaft mit pet gerrit seiner karriere als gesetzloser und schütze also billy the kid aber vor allem lösten sie die hitzigste billy the kid debatte von allen aus ich möchte darauf hinweisen also der das hier geschrieben hat dass der echte billy the kid weder emilio esterwes billy the kid war also so wie billy the kid young guns 1 und 2 dargestellt hat noch waren diese filme historisch korrekt da sich viele leute fragen oder sogar annehmen ob young guns und young guns 2 historisch korrekt sind also wie ich auch erst einigermaßen geglaubt habe also bis auf das was offensichtlich dramaturgisch verfälscht worden habe ich einige der historischen schnitzer und irrtümer des films gesammelt und sie mit der wahren geschichte verglichen ich kritisiere diese beiden vier filme ich wollte gerade fehler sagen diese beiden filme ich kritisiere diese beiden filme keineswegs schließlich sollten sie unterhalten und nicht bilden also warum ich immer wieder euch sage klappt nicht wenn ihr film gesehen habt oder irgendeine serie gesehen habt oder teilweise auch fake videos also inszenierte videos gesehen habt von irgendwelchen klickgeilen spinnern dass ihr dann irgendwo richtig ahnung habt also immer besser etwas selber nachzuprüfen etwas selber nachzulesen warum ich auch hier angegriffen werde wenn ich versuche lügen zu widerlegen und fakten und die wahrheit zu nennen also sprich die leute hassen mich dafür man also ich werde in dem fall oder auch andere die das tun werden angegriffen werden angepöbelt werden negativ abgeklickt hier youtube teilweise also kräuter bei unangenehmen wahrheiten hier thema die aktuelle regierung links faschismus oder halt das andere thema was eigentlich seit 1400 jahren bekannt ist also die gefahr die weltweit besteht von einer gewissen gruppe von einer faschistoiden faschistischen ideologie die seit 1400 jahren sich blutig kriegerisch gewalttätig über die ganze welt ausgebreitet hat und man möchte nicht dass dieses thema angesprochen wird der sogenannte elefant im hau genau so habe ich es auch erlebt hier thema hintergreiflich also da bin ich ja genauso angegriffen worden warum ich dann genau wie jetzt also wie gesagt ich lass mir da keine angst an jürgen vor allem nicht von irgendwelchen schwachkämpfen also die zu dumm sind irgendwas nachzulesen sprich die kein einziges haltbares argument mir bringen also ein gegenargument sondern die nur sich an ihre lügen und an ihren an ihren müll an den sie glauben wollen klammern und deswegen halt jeden anderen hassen und jeden anderen angreifen der sich wagt die Wahrheit auszusprechen also hier ist es genauso deswegen tut der betonen hier er kritisiert die beiden filme keineswegs schließlich sollten sie unterhalten und nicht bilden aber wie gesagt es ist immer besser man bildet sich das können ja Filme durchaus bewirken also sprich dass man sich dann erst mit einem thema beschäftigt diese filme sind fiktion also ich hab wie man hier sieht den satz beim ablesen gleich etwas umformuliert diese filme sind fiktion keine dokumentation dank der jungans filme ist billet die kit heute der beliebteste gesetzlose der welt oder ich hätte es so formuliert dank dieser jungans filme ist billet die kit natürlich oder auch heute der beliebteste gesetzlose der welt gut also so wie erstmal ja geschichte versus jungans moment ich guck nochmal also hier damit das video nicht zu kurz wird mal gucken was ich hier noch nehme das kann ich zumachen das kann ich zumachen das kann ich zumachen jetzt muss ich kurz übersetzer reinknallen wenn man mich jetzt mensch was soll denn das moment warum hat er mich jetzt jetzt vielleicht jetzt hat es geklappt Fakten versus Mythen Moment ich mach das nochmal daneben dann aber natürlich kann ich jetzt nicht alles vorlesen also ich werde es grobe überlegen ja genau jetzt hat es hier auch geschlossen mit der Übersetzung Fakten versus Mythen also Fakten gegen die Mythen zum Beispiel der Mythos Billy the Kid wurde also definitiv am 23. November 1859 in New York City geboren ist ja klar also es gibt ja zwei unterschiedliche Geburtszeiten die bei ihm genannt werden das eine ist der 17. September und das andere wäre der 20. November also höchstwahrscheinlich ist auch der 23. November nicht korrekt also nur mal kurz äh zum Vergleich und äh bei Bushy Bill Roberts wurde nämlich auch behauptet hier er wäre angeblich erst 1879 geboren also sprich dann kann er gar nicht Billy the Kid gewesen sein das würde ja heißen er war äh als Billy the Kid 1881 höchstwahrscheinlich getötet worden ist gerade mal zwei Jahre halt dieser Bushy Bill Roberts der sich später für Billy the Kid ausgegeben hat also eigentlich Oli P Roberts ich dachte wirklich Oliver Roberts äh Moment ich guck kurz noch mal etwas größer hier das ist besser lesen kann aufgrund der Aussage von Freunden und Bekannten des Kindes also von Billy the Kid ist es sehr gut möglich und höchstwahrscheinlich das das Kind das Kind also Kid Billy the Kid später als im Jahr 1859 geboren wurde möglicherweise um 1860 bis 1862 Freunde aus der Kindheit in Silver City sagten dass er 1873 etwa 12 Jahre alt war und äh Cousins sagten dass äh äh während des Lincoln County Krieges Anfang 1878 etwa 17 Jahre alt war eine Bewohnerin aus der Stadt Lincoln Lily Casey sagte auch dass äh Billy the Kid kaum äh 16 Jahre alt war als er im November äh 1877 in Lincoln inhaftiert wurde das würde dadurch automatisch bedeuten dass er zum Zeitpunkt seines Todes also im Jahr 1881 unter 21 Jahre alt war normalerweise wird er davon ausgegangen er war dann 21 Jahre alt zum Zeitpunkt seines Todes heißt also hier wird Gerrit äh Billy the Kid absichtlich äh 21 Jahre alt gemacht haben um ihn als Erwachsenen also dann mit 21 als volljährigen offiziell volljährigen Mann erscheinen zu lassen als er ihn erschoss anstatt äh äh die harte Realität deutlich werden zu lassen sprich er hat möglicherweise einen Jugendlichen erschossen letztlich spielt aber das Alter keine Rolle also es ist tragisch genug wenn er wirklich äh so getötet worden ist weil er war nicht der Gesetzlose aus dem er aus ihm gemacht hat also sprich er war nicht äh äh schlimmer äh gesetzloser als andere also da gab es viel schlimmer als Billy the Kid Ed Gerrit äh wird immer noch mit der Alkohol betrachtet also seine ganzen Aussagen also auch in seinem Buch äh der andere Mythos Billy hatte noch außer einem äh Bruder Joseph den er definitiv gehabt hat hatte noch einen jüngeren Bruder namens Edward Fakt ist äh Billy the Kid hatte äh keinen jüngeren Bruder namens Edward aber er hatte einen jüngeren Bruder namens Joseph also das ist definitiv äh gesichert äh man glaubt dass äh Joseph der ältere Bruder war da auf seiner Sterbebegründe als äh als im November äh äh 1930 starb also äh äh Billy the Kid's Bruder äh Joseph äh 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 Geburtstag auf das Jahr äh äh 1854 brachte also sprich er wäre dann in dem Fall 5 Jahre äh 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 älter als Billy the Kid gewesen wenn Billy the Kid definitiv 1859 geboren ist es gibt jedoch mehr als genug Beweise dafür dass er höchstwahrscheinlich doch 1863 geboren wurde also sprich in Wahrheit war er nicht der ältere Bruder von Billy the Kid sondern der Jüngere was ihn zwei bis drei Jahre jünger als Billy the Kid machte wie gesagt die Morde, also wie gesagt es können ihm nur vier eindeutig nachgewiesen werden es wird aber behauptet er hätte zwischen neun oder 21 Menschen getötet bevor er selber mit 21 getötet worden ist also höchstwahrscheinlich hat er viel weniger getötet sprich es werden ihm pauschal alle möglichen Morde zugeschrieben auch wenn er manchmal nachweislich nicht mehr anwesend war oder halt wie gesagt man nicht mehr davon ausgehen kann dass er überhaupt selber geschossen hat, also wenn jemand erschossen wurde, also sprich getötet wurde also das lasse ich jetzt mal weg, also hier er soll angebe ich ah gut ich tue es doch verlassen er soll angebe ich im Alter von zwölf Jahren den ersten Mord begangen haben an einem Mann der seine Mutter beleidigt hatte nach dem Mord verabschiedet der sich von seiner Mutter und randet davon Fakt ist hier also alles Blödsinn also sprich alles frei erfunden die Mutter von Billy the Kid ist ein Schwindsucht gestorben also Tuberkulose ein Jahr bevor er aus dem Gefängnis von Silber City entkam und weglief hier zu seinem Aussehen er war angeblich klein, pummelig und hässlich also im Gegenteil er war eher hager, schlank auch vom Gesicht her hatte kein volles, rundes Gesicht also eher hageres, eingefallenes Gesicht mit einem kleinen Mund und so ja also in Wahrheit er ist etwa 1,73 m groß, schlanke und geschmeidig wiegt etwa 63 kg er hatte ein offenes Gesicht sieht aus wie ein Schuljunge mit dem traditionellen seitigen blauen an der Oberlippe klare blaue Augen mit einem chemischen Ausdruck helles Haar und heller äh na wie spricht man das korrekt heißt Tined Tongue also hier Hautfarbe alles in allem ist er ein recht guter sehender Kerl der einzige Marke sind seine zweimal harten Hörterzähne die leichter vorstehen wie die Zähne eines Eichirnchen also vorstehen kleinen Mund kam halt auch diese Hörterzähne deutlich zur Geltung ich habe jetzt schon die Seite zugemacht aber wie gesagt es gibt ja genug Bilder von Billy the Kid also Portraits also sprich mehr oder weniger alle auf diesem einem äh basierend also auf Vergrößerung von seinem Gesicht das sieht man sehr äh wie gesagt der Mythos also mit dieser Verwechslung mit dem Foto sprich es war seitenverkehrt bei der Aufnahme also durch die Aufnahme war seitenverkehrt Billy the Kid war linkshänder Fakt ist er war beidhändig aber hauptsächlich äh rechtshänder aufgrund der seitenverkehrten Darstellung des einzigen bekannten Fotos von Billy the Kid entstand der falsche Eindruck er sei linkshänder da sein Revolver auf der linken Seite angebracht ist jemand bemerkt schließlich dass das Bild äh spiegelverkehrt war als er sich das Winchester Gewehr und so sprich wobei im Gewehr was der Billy the Kid auf dem Foto in der Hand hat äh die Leiteröffnung ist die Leiterklappe ist also dass es seitenverkehrt sein muss also seitenverkehrt äh auf dem Gewehr zu sehen war speziell bei dem Winchester Modell was Billy the Kid auf dem äh Bild in der Hand hat also womit er äh posiert hier angeblich dass er Analphabet war oder gar keine Schulbildung hatte ist Quatsch also er hat ja Briefe geschrieben also er selber hat nicht äh jemand anders Briefe äh schreiben lassen sondern sie konnte er hat selber Briefe geschrieben möglicherweise äh an seine noch lebenden Verwandten oder an Freunde und auch wie gesagt an diesen Gouverneur also wo er die Begnadigung eigentlich bekommen sollte und die er schriftlich vorher gebeten hatte und halt um einen Treffen warum er betrogen worden ist also die Rehabilitierung er hat die Begnadigung nicht erhalten äh also es wird behauptet Billetikett wäre Analphabet gewesen oder hatte gar keine Schulbildung Fakt ist obwohl er wahrscheinlich nur wenig Schulbildung hatte war absolut kein Anapher als Jugendlicher war er zum Beispiel ein begeisterter Leser von Büchern und Groschenromanen sprich er muss ja lesen konnte und wenn er lesen konnte konnte er ja automatisch auch schreiben er konnte nicht nur lesen und schreiben sondern er hatte auch eine künstlerische und leserliche Handschrift den Briefen nach zu urteilen die an Gouverneur Lou Hollis geschrieben hat waren sie klar also die Handschrift und deutlich und dazu fehlerfrei also sprich Grammatikfehler Rechtschreibfehler also waren vielleicht ein oder zwei zu finden aber halt ansonsten war es fehlerfrei also sprich das zeugt ja für jemanden der eine gewisse Bildung hat also sprich der auch Bildung sich angeeignet hat durch Bücher die er gelesen hat zusätzlich zum eigenen Schulhausbildung hier Jesse Juhans und Bildte Kind waren Freunde in ihrer Kindheit ist wahrscheinlich ebenfalls falsch und manchmal wird ja behauptet wahrscheinlich verwechselt man hier Jesse Juhans und Jesse James dass Jesse James und Billy The Kid möglicherweise Freunde waren oder halt in Kontakt gestanden also höchst wahrscheinlich bringt man das immer durcheinander dass man Jesse James mit Jesse Juhans verwechselt eigentlich Jesse D bis hier ja auch eine relativ bekannte ja gut ich muss es kurz vorlesen also ihr Mythos Jesse Juhans und Billy The Kid waren Freunde in ihrer Kindheit Fakt ist Jesse Juhans war sieben Jahre älter als Kit da ist die Vorstellung dass die beiden als als Kinder in Silvers die zusammen verstecken spielten unwahrscheinlich Jesse Juhans war zu dieser Zeit bei John Tüten angestellt Moment ich hab die Kippe falsche Aussage John Tunstall also sein späterer Arbeitgeber war so eine Art Vaterfigur für Billy The Kid kann man ganz einfach beantworten hier John Tunstall war als er getötet wurde 24 Jahre alt also lassen wir jetzt angenommen Billy The Kid 16 17 Jahre alt gewesen sein als er John Tunstall kennenlernte war John Tunstall dann in dem Fall genau 7 Jahre älter als Billy The Kid ja also 6 Jahre doch 7 Jahre Moment ich hab mich gerade vertan also angenommen Billy The Kid war 17 sprich 3 Jahre bis 20 nochmal 4 Jahre dazu 7 also zwischen beiden hat nur einen Altersunterschied von 7 Jahren bestanden hier genau wie Pat Gerrit und Billy The Kid wenn Billy The Kid definitiv 1859 geboren ist Pat Gerrit wurde 1850 geboren also hat nur einen Altersunterschied von 9 Jahren bestanden sprich es manchmal dargestellt wird wenn Pat Gerrit als deutlich älterer Mann gezeigt wird also in Filmen und Billy The Kid wird extrem jung gezeigt also so ein riesen Altersunterschied war da nicht oder wie es leider auch der Fall ist also wie es auch hier bei Young Guns war ich weiß nicht genau wie alt Ile Emil Esstowis im Jahr 1988 beim ersten Teil war 1990 beim zweiten Teil sprich Benedict wird in der Regel von einem zwischen 20 und 30 Jahre alten Schallspieler dargestellt also sprich deutlich älter als der echte Benedict war oder John Tansel hat dasselbe John Tansel wird in Regel auch von einem deutlichen älteren Schauspieler dargestellt sprich um die 40 rum und war John Tansel nur 24 Jahre alt wo er dann getötet worden ist also gerade mal sieben Jahre älter als Billy the Kid also kann aber kaum eine wirkliche Vaterfigur für Billy the Kid gewesen sein er höchstens ein älterer Bruder also wie angenommen Billy the Kid ihn angesehen hat hier wird auch behauptet es gab Spektbriefe zu Billy the Kid also bevor er dann getötet worden ist der Fakt spricht dagegen also die Tatsache es gab nie Steckbriefe für Billy the Kid das was einem Steckbrief am nächsten kam war eine Belohnungsausschreibung die der Gouverneur im Dezember 1880 also ein Jahr bevor Billy the Kid vermeintlich getötet worden ist in der Las Vegas Kassette veröffentlichte dort stand Zitat Billy the Kid 500 Dollar Belohnung ich werde 500 Dollar Belohnung an jede Person oder Personen zahlen die William Bonny also falsch geschrieben eigentlich Bonnet alias the Kid festnehmen und ihm einen Sheriff in New Mexico übergeben zufriedenstellende Identitätsnachweise werden verlangt also sprich mit Gerrit wo er dann die Belohnung nicht erhalten hat die er geglaubt hat zu veranspruchen hat Billy the Kid nicht wie es hier steht festgenommen also sprich Leben festgenommen und ihm einen Sheriff übergeben sondern er hat ihn ja angeblich getötet und er wurde auch dort in Fort Sammler beerdet sprich er hat weder eine Leiche gebracht um nachzuweisen er hat Billy the Kid definitiv getötet noch hat er den lebenden Billy the Kid auch geliefert ja wie gesagt die Verwechslung hier Jesse James und Billy the Kid waren angeblich Freunde also wahrscheinlich bringt die meisten Jesse Davis oder später Jesse Eowins mit Jesse James durcheinander also dass Jesse James und Billy the Kid Freunde waren oder gute Bekannte waren ist wahrscheinlich alles aus der Luft gegriffen Pakt ist Billy the Kid ist niemals mit Jesse James geritten es gibt es gibt tatsächlich eine Geschichte und wonach Kid auch Mensch ihr scheiß Raben was hat er mal ruhig da draußen hier die Krähen gerade die Krähen wonach Kid Jesse James der unter dem Decknamen Thomas Howard unterwegs war in einem Restaurant in Las Vegas New Mexico traf angeblich außen sie zusammen und unterhielten sich und während dieses Treffen lud Jesse James Billy the Kid ein seiner Bände beizutreten wo es Billy the Kid ablehnte Banken und Züge auszuraufen interessierte ihn nicht Philipp Stoll war eine Sache brauche darauf jedoch eine ganz andere daher ist der Mythos dass Billy the Kid jemals Mitglied von Jesse James seiner Bände war absolut falsch also sprich höchstwahrscheinlich sehen sie sich zu ihren Lebzeiten bis Billy the Kid getötet worden sein soll und Jesse James getötet wurde niemals begegnet also sie waren zwei sogenannte Verbrecher Gesetzlose in unterschiedlichen Teilen des Landes hier wie gesagt das gleiche also Pet Gerrit und Billy the Kid waren enge Freunde höchstwahrscheinlich nicht also die Fakten die Tatsachen das ist eine weitere Übertriebung Intelligente von Billy the Kid ein Freund der zum Gesetzes Hüter wird erschießt seinen alten Kumpel also Pet Gerrit tötet Billy the Kid den Gesetzlosen das ist natürlich ein tolles Element für Romane oder Filme oder Filme Pet Gerrit und Billy the Kid katzen sich hier steht zweifellos soweit ich weiß ist es auch das nicht eindeutig bewiesen aber sie waren keine engen Freunde hier wie gesagt der Fehler der gemacht worden ist also hier die meisten haben sich auf Pet Gerrit seine Biografie hier berufen also auf das Buch der Authentic Life auf Billy the Kid flähte der sterbende Gesetzlose als Tom O'Foliard beschrieben also hier in Wahrheit hieß er nämlich auch nicht Tom O'Foliard ein Freund von Kid tödlich verwundet und voller Schmerzen Gerrit an ihn von seinem Leid zu erlösen wenn er ein Freund sei Gerrit antwortet darauf ich schieße nicht auf meine Freunde so wie sie angeschossen werden wenn die Geschichte von der Freundschaft zwischen Pet Gerrit und Billy the Kid also wahr wäre oder wahr sein sollte warum hat Pet Gerrit dann überhaupt das Angebot angenommen für den Posten des Sheriffs zu kandidieren also da war ihm ja klar er muss dann Billy the Kid jagen er wusste dass seine oberste Pflicht darin bestand Billy the Kid zur Strecke zu bringen und er tat mehr als das überfiel ihn im Dunkeln also er hat überraschend ungeblich getötet so wie es dargestellt wird also speziell was Peter Gerrit darüber erzählt hat und ging noch einen Schritt weiter und schrieb ein Buch über ihn in dem er ihn als kaltwichtiges Monster darstellt Einige Bill the Kid Fans können natürlich diese Theorie dass Bill the Kid und Pet Gerrit keine Freunde waren nicht akzeptieren nicht akzeptieren und glauben dass Gerrit den bereits seinen gesetzlosen Freund gehen ließ vor Ort diesen familialen Kopf Geld hat sein und seinen Tod nur vortäuschte um dem Kid eine Chance zu geben wieder auf die Beine zu kommen von allen Mythen rund um Bill the Kid ist dieser der Hammer also wenn das stimmt oder hier Bill the Kid hat insgesamt 21 Männer getötet das würde bedeuten wenn er mit 21 Jahren selbst getötet wurde also zum Zeitpunkt seines eigenen Todes 21 Jahre alt war für jedes Jahr seines eigenen Lebens also 21 Jahre ist er geworden 21 Männer hat er hingewig getötet das einzige was einigermaßen nachgewiesen ist also wie gesagt vier äh die Kid war allein verantwortlich für den Tod von Frank Gehiel Selbstverteidigung also sprich Notwehr reine Notwehr Joe Grant ebenfalls Selbstverteidigung und dann halt bei diesem Ausbruch hier die beiden Hilfsscherles John Bell glaube hier und Bob Ollinger also hier die bekannteste Szene hier mit der Schroplinte also angeblich mit 10 Cent Stücken geladen hier sogar mit dem Sheriff Brady hier sogar das ist nicht eindeutig klar ob Billy the Kid Sheriff Brady getötet hat Billy the Kid war einer von vielen Schützen also es gab mehr als nur Billy the Kid mehrere die andere Mordung von Billy Morgan Frank Baker William McCloskey William Brady und George Hyde man beteiligt war also Sheriff William Brady und George Hyde man hilft Sheriff das macht fünf also es werden in dem Fall neun die Billy the Kid selber getötet haben soll also fünf weitere zu den vieren die er definitiv getötet hat aber bedenken sie dabei also nicht vergessen dass Billy the Kid in dem Fall nicht der einzige war der geschossen hat und dass seine Kugeln der Ziel vielleicht gar nicht getroffen haben vielleicht aber auch nicht also vielleicht getroffen haben vielleicht aber auch nicht sprich selbst das ist nicht klar oder hier halt auch bekannt also Billy the Kid hat wahrscheinlich definitiv nicht getötet Deputy James Carlyle hier im Film wird zutage gestellt Jürgen 2 die Bürgerwehr Unterführung des Deputies James Carlyle hat in White Oaks eine Bordell Besitzerin Wert Jane Crete Haus gewesen belagert und dabei ist Deputy James Carlyle höchst wahrscheinlich von seinen eigenen Leuten getötet worden White God's diese Jane Crete Haus gar nicht es war ein Jim Crete Haus also sprich es war kein Bordell Bordell da ist da ist dann auch die umstrittene Mordung von Deputy James Carlyle ein Deputy der irrtümlich von seiner eigenen Truppe erschossen wurde die ihn für Ability Kitt hielten natürlich gab diese Truppe Ability durch Lesen der Augenzeugen Berichte und des Verhaltens dieser Truppe am Tatort scheinen die Beweise allerdings gegen die Truppe zu sprechen also sprich sie haben Bede Kitt den Mord an James Carlyle unterstellt obwohl sie selber die Schulter eingetragen haben wäre Kitt noch lebend gefangen genommen worden und wäre nur für diesen Mord an Deputy James Carlyle vor Bericht gestellt worden wäre ja höchst wahrscheinlich aufgrund der Indizien also der Fakten freigesprochen worden also sprich es gibt null Beweise dass Billy Dekitsch Deputy James Carlyle getötet hat hier genauso mit Buckshot Roberts also wie es im ersten Teil Teil 1 gezeigt wird Buckshot Roberts wollte die Belohnung für Billy Dekit und seine Freunde einkassieren es gab eine Schießerei ja Billy Dekit hätte angeblich dann Buckshot Roberts während dieser Schießerei getötet die Kitt wurde ich füge jetzt mal hinzu ebenfalls für den Mord an Buckshot Roberts vereinbart durchgemacht aber es war in Wahrheit Charlie Baudry der dem temperamentvollen Schützen die tödliche Wunde zufügte Billy Dekit also wie es auch im Film dargestellt wird hier Young Gans wurde auch für die Tötung eines anderes Mannes aus Dolans Gruppe hier Murphy Dolan Gruppe Charlie Crawford während der großen Schlacht bei Max Wiens Haus also hier dem Anwalt von John Tansel zugeschrieben aber der wahre Schützer war Fernando Herrera Doc Skierlocks Schwiegervater also Doc Skierlock hier Josiah ist Doc Skierlock in dem Film dargestellt von Kiefer Sutherland dem Sohn von Donald Sutherland war in Wahrheit kein Junggeselle also war bereits verheiratet also sprich es war sein Schwiegervater hier der höchstwahrne Charlie Crawford getötet hat Fernando Herrera Docs Skierlocks Schwiegervater der Charlie Crawford erschoss als dieser in Richtung der Stadt tritt um sich während der Belagerung von Max Wiens Haus Pepins also hier Sheriff Pepins Truppe anzuschließen Ein weiterer Fall der Billetikid zugeschrieben wurde war die Tötung von Robert Beckwith als dieser aus Max Wiens Rentenhaus floh aber die Verantwortung dafür wurde höchstwahrscheinlich einem anderen Regulator oder einem Querschläger zugeschrieben Billetikid selber war in der Zwischenzeit also wo das passiert sein soll wo angeblich jemanden erschossen haben soll viel zu sehr damit beschäftigt in eine andere Richtung um sein Leben zu retten schließlich war die Tötung eines Angestellten der Mescalero Abitur Morris Bernstein zugeschrieben während Billetikid und seine Kumpagne ihrer Pferde an einer nahegelegenen Quelle mehrere Meter im Term tränken brach eine Schießerei zwischen Bernstein und Atanasio Martinez der mit Billetikid tritt aus bei der Martinez diesen Angestellten tötete bei all diesen oben genannten Morden hat Billetikid in Wahrheit noch nicht mal einen Schuss abgefeuert also sprich er kann überhaupt keinen getötet haben also die definitiv durch Schusswunden getötet wurden also sprich erschossen worden oder war irgendwo das Opfer aber der Legende nach werden sie ihm trotzdem alle zugeschrieben also sprich die einzigen Morde die definitiv bewiesen sind sind vier Menschen wo er eindeutig der Mörder war aber halt wie gesagt in zwei Fällen davon in einer Selbstverteidigung und halt diese anderen fünf hier also mit dem Sheriff Brady und dem Hilfsheriff George Heidman wo er nur Schüsse gemeinsam mit anderen abgegeben hat also wo definitiv nicht klar ist ob Brady selber da jemand tödlich verwundet hat oder halt definitiv getötet hat ja und jetzt halt der bekannteste Mythos also hier Brady wurde nicht am 14. Juli 1881 getötet sondern erreicht ein hohes Alter also Bushy Bill Roberts Ich gehe ja gleich darauf ein ich wollte gucken dass ich hier nicht alles vorlese was ich dann da nochmal vorlese also Bushy Bill Roberts hat sich unklappartig gemacht weil er bei der Befragung sich teilweise nicht an wichtige Ereignisse erinnern konnte wenn er billet gewesen sein soll aber wie gesagt er war ja bereits sehr alt also es wäre auch nicht unbedingt so unklappartig was allerdings auffällt wenn man Bushy Bill Roberts vergleicht also vom Aussehen her mit Billet Dickit vor allem die Augenfarbe dass Bushy Bill Roberts nicht Billet gewesen sein kann hier Bushy Bill ist auch in keinster Weise wie Billet Dickit aus Bushy hatte graue Augen mit gelben Flecken während Billet Dickit klare blaue Augen hatte also sprich die Augenfarbe verändert sich ja nicht irgendwo bei Menschen Gesichtsform hier Bushy hatte ein eckigeres Skin während das von Billet Dickit eher rund war die Ohren waren völlig anders und wie die Schultern waren viel schräger und schmaler als die von Bushy Bill Roberts Bushy war außerdem Anilphabet was Kitt eindeutig nicht war und hier wie gesagt wo jemand sagt also die eigene Nichte von Bushy Bill Roberts er wäre laut Familienbibel 1879 geboren sprich als Billet die Kitt 1881 getötet worden sein soll war Bushy Bill Roberts gerade mal zwei Jahre halt also sprich wenn Billet die Kitt 1859 geboren ist und Bushy Bill Roberts ist 1859 geboren ist und Bushy Bill Roberts ist 1879 geboren war er 20 Jahre jünger als der wahre Billet die Kitt also sprich er war gerade mal zwei Jahre alt als Billet die Kitt vermeintlich angeblich getötet worden ist 1881 zum thema Bushy Bill Roberts hier im Vergleich Moment ich geht noch unter Zeit hier sieht man sehr was ich eben angesprochen heute ich gucke noch mal ob das genau im Bild drin ist ja das ist der echte Billet also hier das einzige Foto was eindeutig ihn zeigt hier sieht man so einen relativ kleinen Bund vorstehende Zähne also hier die sogenannten Hausenzähne hier die Ohren eher enger anliegend am Kopf hier das Kind eher rundlich hier Brüche Bill Roberts keine Ahnung mehr als welchen Jahr also hier besser die Fotografie die Ohren wirklich abstehend also hier sogenannte Esel zuordneter Lalla Ohren hier das Skin eher eckig und wie gesagt die Augenfarbe eindeutig hier grau mit irgendwelchen anderen farblichen Einflüssen hier blau also hier sieht man es natürlich nicht weil es noch ein schwarz-weif Bild ist also die Augenfarbe verändert sich nicht oder wird einfach heller hier also sprich wer blaue Augen hat die werden da nicht irgendwann automatisch zu grauen haben im alter und wie gesagt er war anyphabet definitiv kein anyphabet er sprach soweit mir bekannt ist überhaupt kein spanisch spielte die sprach fließend spanisch also hier die vergleiche Bill the kid gegen den der behauptet er wäre Bill the kid gewesen Bill Roberts brusche Bill Roberts kaum war Bill the kids leiche im fort sammler beigesetzt also beerdigt tauchten überall falsche Bill the kids auf manche waren zu lächerlich um sie zu beachten andere überzeugten ein paar leute gerieten aber im laufe der zeit in vergessen hat eine jedoch hatte für ziemlich aufsehen gesorgt und landesweite aufmerksamkeit erregt und selbst heute noch wird über seine behauptung gesprochen und sein name ist leider für immer mit der legende von bill the kid verbunden hier ist eine kurze zusammenfassung von brusche Bill Roberts also wie es auch am anfang und am Ende vom film young ganz Teil 2 dargestellt wird Ende 1949 hörte William Morrison also ein Anwalt von einer Anwaltskanzlei das Bedefekt nicht am 14. Juli 1881 in Fortzahmler von Petgeret getötet worden war sondern gesund und munter aber ich guck mal es ist noch groß die Schrift ist kleiner als eben ich mach es noch mal einen Tick größer ja so kann ich sehr gut lesen und andere auch die es mitlesen wollen Ende 1949 hörte William Morrison von Anna Unwalt das Bedefekt nicht am 14. Juli 1881 in Fortzahmler von Petgeret getötet worden war sondern gesund und munter in Hiko Texas unter dem Decknamen Oli P. Bill Roberts auch bekannt als Brüschi Bill Roberts lebte nachdem sie ihn aufgespürt hatten trafen sich die beiden ermachten einen Roadtrip also eine Reise nach New Mexiko während ihre Reise schwelgte Brüschi Bill Roberts in Erinnerung während Morrison also dieser Anwalt alles was er saugte mit einem Löffel aufsaugte Morris gab zu dass Brüschi einige Fakten falsch wieder gegeben hat aber er glaubte dass Roberts tatsächlich Bill de Kitt war nur weil Roberts viel über den Lincoln County Krieg wusste und das Leben von Bill de Kitt wusste aber das wussten auch viele andere Leute also sprich das ist kein Beweis bis 1950 war die Geschichte von Bill de Kitt allgemein bekannt und die meisten Fakten oder Legenden waren allgemein wissen insbesondere für diejenigen die in der Gegend lebten und mit den Geschichten aufwuchsen am 29. November 1950 arrangierte Morrison also dieser Anwalt ein Treffen mit Gouverneur Thomas May Pree in New Mexico um eine Begnadigung für seinen selbsternotten Bill de Kitt zu erbitten während dieses Treffens gab Ruggie seine schwache und inkonsistente also unglaubwürdige Aussage ab obwohl er vorher von Morrison gecoacht worden war also sprich er hat ihm teilweise eingegeben was er erzählen soll er konnte mit irgendwelchen Spickzetteln mit irgendwelchen Spickzetteln Notizen ihm irgendwo zustecken oder aufschreiben Bushy Bill Roberts war ja an er bet also ich konnte ihn ja nicht lesen und wurde nervös also Bushy Bill Roberts als er vor dass ich ändere jetzt den Satz auch dass auch die Söhne von Pat Gerrit von Kim McKinney und William Brady anwesend waren als Oscar Gerrit also der Sohn von Pat Gerrit gefragt wurde ob er Roberts befragen wolle antwortete er ich möchte diese Behauptung nicht mit Fragen fertigen als alles gesagt umgetan war verkündete Kommander Melby sein Urteil Zitat ich werde weder jetzt noch jemals etwas zu diesem Antrag auf Begnadigung von Bill the Kid unternehmen da ich nicht glaube dass dieser Mann Bill the Kid ist enttäuscht kehrten Morrison und Brugy nach Texas zurück vier Wochen später also nach diesem Treffen am 27 Dezember lieb Brugy Bill Roberts auf dem Weg zur Post einen schweren Herz und starb aber sein Anspruch auf Ruhen ging nicht mit ihm heute geklautten ich ich finde immer noch heute klappen immer noch einige Benedikids Fans fest daran dass Brugy Bill Roberts tatsächlich Benedikid war oder Benedikid gewesen war obwohl ich diesem kontroversen Thema lieber keine Abwechslungkeit schenke bin ich gezwungen über Brugy Bill Roberts zu sprechen der immer wieder auftaucht wie ein schlimmer Ausschlag trotz meiner Schlussfolgerung über Roberts in meinem Artikel Fakten versus Mythen oder Fakten gegen Mythen also was ich gerade gehabt habe die Seite jetzt davor bekomme ich immer noch E-Mails von Besuchern die mehr Beweise oder eine Debatte wollen das ist enttäuschend für mich das ist das einzige worüber man bei Bill the Kid besser diskutieren könnte ist dass sein Tod der größte Schwindel in der Geschichte des Wilden Westens war es macht mich auch traurig das Bill the Kid Fans die die gleiche Bewunderung für diesen berühmten gesetzlosen Teilen geteilter Meinung sind und so erbittert darüber streiten ob Bushy Bill Roberts Bill the Kid ist ich bin genauso überzeugt davon dass Benedikt nicht Bushy Bill Roberts ist wie diejenigen die das glauben also werde ich unverblümt sein und aus der Hüfte schießen und finden sie einige einfache beweise dafür dass Bushy Bill Roberts ich will jetzt mal hinzu definitiv nicht Benedikt war hier wie gesagt das eindeutigste es wird behauptet Bushy Bill Roberts war ebenfalls 1859 geboren also genau wie Bill the Kid die nicht von Bushy Bill Roberts sagt aber laut Familien im Bibel war er 1879 geboren sprich er war 20 Jahre jünger als der echte Bill the Kid und als Bill the Kid dann getötet worden ist wäre Bushy Bill Roberts halt nur gerade mal zwei Jahre alt gewesen also könnte man nicht hinhalten mit dieser Wechselung was ich eben hatte hier Oliver Oli P. Roberts und Bushy Bill also in Wahrheit Bill Roberts und Oliver P. Roberts oder Oli P. Roberts hier streiten Bushy Bill Anhänger also die behaupten Bushy Bill muss bildet gewesen sein dass Oliver P. Roberts Moment ich habe doch etwas zu schnell überflogen zur Unterstützung von anderen Quellen taucht Bushy Bill Roberts alias Oliver P. Roberts in mehreren Volkszählungs Unterlagen auf im Alter von einem Jahr im Jahr 1880 in Akonses also das Worte heißen er ist wirklich 1879 geboren also zumindest dieser Oliver P. Roberts im Alter von 20 Jahren im Jahr 1900 Jahrhundert in Texas im Alter von 30 Jahren im Jahr 1910 ebenfalls in Texas im Alter von 41 Jahren im Jahr 1920 und in einer Volkszählung aus dem Jahr 1930 taucht ebenfalls Roberts auf nun im Alter von 52 Jahren mit einer Frau namens Lut Sita jetzt bestreiten Brüche Bill Roberts Anhänger des Oliver P. Roberts in der oben genannten Volkszählung oder in den oben genannten Volkszählungen nicht ihr Brüche Bill Roberts ist sie sagen das liegt daran dass Brüche Bill Roberts Frau in Wahrheit Lutizia hieß und nicht Lut Sita und deshalb sei dieser Oliver P. Roberts eindeutig nicht Brüche Bill Roberts also mal ehrlich also hier Gegenargument Worte sonst bei noch niemandem sein aber falsch geschrieben wollen sie uns etwa erzählen oder sie mir also ich hab's jetzt ein bisschen unformuliert dass Lutizia und Lutizia nicht dieselbe Frau sind oder sein können nur weil ein Rechtschafffehler passiert ist wenn ich jedes Mal einen Dollar bekäme wenn mein Name falsch als Marcella oder Marcel geschrieben wird also hier der das geschrieben hat sprich wäre er reich mit anderen Worten ist es reiner Zufall dass Oliver P. Roberts und Brüche Bill Roberts zufällig Frauen mit ähnlichen oder identischen Namen heirateten er klappt nicht also hier sagt er oder schreibt er Goji Bill Roberts Einhänger gesagt außerdem dass Oliver P. Roberts bereits 1939 in Alto Texas gestorben und begraben wurde also kann er auch hier nicht dasselbe Mann sein aber dennoch taucht sein Name nicht in den Friedrichsregistern auf naja wie will man wissen dass dieser Oliver P. Roberts im Jahre 1939 verstorben ist ein weiterer Punkt über den wir nachdenken sollten ist das Geburtsdatum 23 November 1859 also billed defiz vermeintiges angebliches Geburtsdatum heute höchst fragwürdig ist es gibt mehr Beweise die dagegen sprechen als dafür das wird heißen Brusi Bill Roberts also wenn er gelogen hat er hat einfach das was bekannt war hier also um sich als jemand anderes auszugeben dem damaligen historischen Trend ist er gefolgt und hat behauptet 1859 war sein Geburtsdatum dann wie gesagt im Jahre 1950 also mehrere Jahrzehnte später Roberts bereits ein alter Mann wenn er wirklich 1859 wie Bill de Kitt geboren war ging Morrison und Brusi zu Gouverneur Thomas Mabry um eine Begnötigung von Brusi Bill Roberts alias Bill de Kitt für seine früheren Verbrechen zu beantragen nicht nur um den Ruf von Bill de Kitt wiederherzustellen sondern auch damit Brusi mit guten Gewissen sterben konnte ja das war natürlich erzielt aber hier ist ein Denkanstoß im März 1879 traf sich der echte Benedikt heimlich mit Gouverneur Lou Wolles also daher bekannt ist also die Briefe existieren ja noch dass Benedikt kein Analfabet war sprich er hat vorher sich schriftlich an diesen Gouverneur Lou Wolles genannt gewandt also hat Briefe geschrieben sehr gut formulierte Briefe also sprich mit einer ordentlichen leserlichen Handschrift und auch kaum mit Rechtschreib- oder Grammatikfehler entschloss einen Handel mit ihm ab also Benedikt mit Gouverneur Lou Wolles um staatliche Beweise für eine vollständige Bekneidigung vorzulegen Kitt hielt sich an seinen Teil der Abmachung also hat seine Aussagen getätigt aber der Gouverneur hielt sich nicht an seine also sprich der Gouverneur hat ihn betroffen nachdem er das Verknauen in den Gouverneur verloren hatte und eine Verurteilung befürchtete Flog Hitt aus der Haft also nicht das wo er dann später die beiden Hilfs- Scheros hier Bob Ollinger und den anderen ermordet haben soll oder definitiv ermordet hat sondern eine andere Haft aus der er entkommen ist also im Film hat so dargestellt hier mit dem Lynch-Papier in Young 1 Teil 2 zwei Jahre später also nachdem er da entkommen ist als er in Santa Fe interview interview schrieb Kitt an den Gouverneur einige Briefe also die auch erhalten sind indem er ihn erneut an sein Versprechen erinnerte und sprach auch ganz offen mit der Presse über den Handel den er ursprünglich mit dem Gouverneur geschlossen hatte die Etikette hatte immer das starke Gefiel benutzt betrogen und um eine Begnadigung betrogen worden zu sein die er verdient hatte also gewisser gewisser leise stimmt das ja warum also erwähnen Morrison und dieser Brüschi Bill Roberts diese Begnadigung von Gouverneur Lou Wallace nicht aus dem Jahr 1879 warum erwähnten sie nicht dass Billetikett 1879 eine Vereinbarung zur Begnadigung getroffen hatte wenn Brüschi Bill Roberts Billetikett gewesen wäre hätte er das doch mit Sicherheit erwähnt hier ist allerdings was in White passiert ist während seiner Aussage widersprach sich Brüschi Bill Roberts wiederholt selbst und konnte sich nicht an wichtige Ereignisse im Leben von Billetikett erinnern Brüschi sagte zum Beispiel James Dolan sei einer derjenigen gewesen die John Tansel erschossen hatten und dass Susan Max Wien anwesend war als Dolan und Campbell ihren Anwalt Houston Chapman tötete und das Absurdeste war dass er sich nicht einmal an Pat Gerrits Namen erinnern konnte hier andere die dagegen sprechen sagen heute oder argumentieren damit er war schon ein alter Mann sein Gedächtnis war ein wenig verschwommen ein bisschen verschwommen also deutliche Zweifel egal wie alt und senil Billetikett oder Brüschi Bill Roberts dann in dem Fall gewesen war oder gewesen wäre er hätte doch Pat Gerrits Namen oder andere entscheidende Momente seines Lebens nicht vergessen wie etwa diese Tatsache dass Dolan Tansel nicht erschossen hat weil Dolan war nicht einmal da also als John Tansel getötet wurde der Kidd hätte sich auch daran erinnert dass Susan McSween gar nicht anwesend war als Chapman getötet wurde während Brüschi Bill's Aussage erinnerte er sich auch daran dass er bei John Tansels Beerdigung beerdigung Rache an diesen Mörder schwor natürlich wurde diese Geschichte in der Kidd bei der Beerdigung ein Eidschvor John Tansels Mord zerrechen oder dem Mord an John Tansel zerrechen in Walter Nobles Nobel Burns Bestseller die Saga auf Benedikt erfunden also sprich es ist nie passiert es war bereits durch das Buch bekannt also deswegen hat Ruse Bill Roberts diesen Müll auch erzählt um es als real stattgefunden darzustellen was aber nicht zutrifft also sprich dieser Autor hier Walter Nobel Burns hat das in seinem Buch der Saga auf Benedikt erfunden diesen Rache Schwur bei der Beerdigung von John Tansel von Benedikt aus den späten 1920er Jahren also dieses Buch das Saga auf Benedikt höst wahrscheinlich wurde im Post davon erzählt also er selber kann ihr das Buch nicht gelesen haben wenn eine Anophobet war und er fügte diese romantische Legende seiner Aussage hinzu in Wirklichkeit also wie es real passiert ist hier Sheriff Brady also dem Zeitpunkt war Sheriff Brady noch am Leben zum Zeitpunkt von Schontanzels Beerdigung Bidetikitt und Fred weit gefangen also wie konnte Bidetikitt während der Beerdigung am Grab seines Arbeitsgebers auch geschwören wenn er noch nicht einmal dort war also alles nur reine Erfindung der Bidetikitt gewesen wäre hätte er so etwas ganz sicher nicht vergessen nach der Ermordung von Sheriff Brady sagte Bushy dass Fred White und er über die Mauer gesprungen seien um seinen Revolver zurück zu holen das stimmt ebenfalls nicht es war Jim French der Billy zu Brady die Sleiche begleitete damit Bidetikitt sein Gewehren Alex Alex McSween zurück holen konnte nachdem das fettgedruckte ist was Bushy Bill Roberts behauptet hat und das nicht fettgedruckte ist wie sie bereit war nachdem Bidetikitt in Stinking Springs gefangen genommen war brachte Pat Gerrit sein Gefangene nach Fort Sammler wo Bushy sich darin erinnerte wie Mrs. Maxwell fragte ob er von Rodebar losgekettet werden könne und sich mit einem Indianer Mädchen im nahegelegenen Zimmer gehen könnte oder vergnügen könnte also sprich ob er nochmal Sex haben dürfte mit einem Indianer Mädchen ja Mrs. fragte ob er von Rodebar also David Rodebar losgekettet werden könne um mit einem Mädchen für einen Abschiedsflirt ins Zimmer nehmen anzugehen aber es war kein Indianermädchen sondern es war ein paar Lieder Maxwell sie war nicht nur keine Indianerin sondern nicht einmal ganz Hispano Amerikanerin also sprich mit mexikanischer Abstimmung sondern nur zu einem Vattel auch das hätte der echte Bill de Kitt gewusst hier erklärte also die beiden anderen Morde von Bill de Kitt beim Gefängnisausbruch dann später hier dass er Bob Ollinger und James Bell bei seiner Flucht aus dem Gerichtsgebäude nicht getötet habe sondern einfach auf ein Pferd gestiegen und davon geritten sei wenn seine Aussage richtig war das würde ja heißen Bob Ollinger und James Bell oder John Bell wurden nie getötet sondern haben noch einen weiteren Tag erlebt aber das ist natürlich wie wir alle wissen nicht wahr in Wirklichkeit Schoss pittete beide Hilfs Scheros nieder also seine Waffen die ihn bewachen sollten freite sich mit einer Spitzhacke aus seinen Fuß fesseln also im Film wird es normalerweise dargestellt als wäre es eine Axt gewesen also in Weitwasser gebe ich eine Spitzhacke eine Kreuzhacke ließ sich von einem Platzwart ein Pferd satteln und dann stieg er auf sein Pferd und ritt davon dann hier wie gesagt was Legende ist am 14. Juli 1881 der Nacht in der Abilität getötet wurde erinnerte sich Brüji Bill Roberts daran dass er gewarnt wurde dass Gerrit in der Nähe sei und da er nicht gesehen werden wollte schickte er seinen Partner Billy Barlow los also zumindest der gleiche Vorname Billy Barlow also in Wahrheit hieß ja Billy the Kid nicht wirklich Billy the Kid hieß eigentlich Henry McWafee oder Henry Entren aber der andere hieß Billy Barlow um bei Maxwells Haus etwas vielleicht zu holen angeblich hörte er später Schüsse also der echte Benedikt Brüji rannte auf das Haus zu und nach einer kurzen Schießerei mit Pet Gerrit und seinen Hilfsgerichts also da wäre Pet Gerrit nicht allein gewesen weil es seine Hilfsgerichts dabei gab zog er sich in das Haus eines Mexikaners zurück Brüji Bill Roberts wurde dabei in den Kiefer die linke Schulter und quer über den Kopf geschossen also Streifstoß übers Gesicht nachdem er erfahren hatte dass Gerrit Billy Barlow gleiche als ihn selbst ausgab in Kampoji mit Hilfe von Frank Lobato ungesehen um das durchzuziehen also wenn da wirklich was war es dran wäre hätten sich Gerrit und der Junge irgendwo treffen müssen um diesen Scherz zu planen aber Gerrit und der Junge als ability kid waren nicht diese guten Freunde wie es immer in Legenden dargestellt wird wenn ein Treffen vereinbart worden wäre wäre es eine Falle gewesen und Gerrit hätte den Jungen auf der Stelle verhaftet oder getreten nicht einen solchen Plan mit ihm gemeinsam ausgehängt Trotzdem variety er hat die gesamte Bevölkerung von Ford Sammler bei diesem kleinen Komplott mitmacht irgendein comprar hätte es sicher ausgeplaudert. Fortsammler war nicht nur voll mit Anhängern oder Freunden von Billet de Kitt, es gab auch einige, die ihn nicht machen. Oder die Belohnung hätten kassieren wollen, sprich für Aussagen, die zu einer späteren Verhaftung oder Ergreifung von Billet de Kitt geführt hätten. Wenn Gerrit versehentlich den falschen Mann getötet hätte, hätte er dafür auch die Konsequenzen tragen müssen und die Gerichte hätten die Anklage fallen gelassen. Es wäre als unglücklicher Unfall während der Ausübung des Dienstes erklärt worden. Sekunde, hier hat er das Verglichen mit heutigen Polizeibeamten. Und woher sollte, also ich habe jetzt einen Teil übersprungen hier, die sich auf heutige Situationen als Vergleich bezogen haben. Und woher sollte, hätte Gerrit wissen, dass er, nachdem er eine weitere Leiche als Billet de Kitt ausgegeben hatte, nicht wieder in Fortsammler oder New Mexico auftagen würde als Billet de Kitt. Sprich, dass er wirklich unerkannt verschwindet auf dem Armittersee. Billet de Kitt hatte die schreckliche Angewohnheit, Angewohnheit an Orte zurückzukehren, an denen er nicht sein sollte. Denken Sie mal darüber nach. Wenn Billet de Kitt in New Mexico nach seinem Gefängnisausbruch vor zweieinhalb Monaten nicht verlassen hatte. Warum glauben die Leute dann, er wäre gekommen und auch weggeblieben? Sogar Gerrit musste das gemerkt haben. Und er konnte nicht darauf zählen, dass Kitt diese Gelegenheit nutzen würde, seinen Tod bequem vorzutäuschen und das Gebiet ein für alle Mal zu verlassen. Betrachten wir das Ganze aus einer anderen Perspektive, wenn der echte Billet de Kitt gewusst hätte, dass Gerrit in oder um ein Fortsammler war und seinen Kameraden zu Maxwell geschickt hätte, weil er Verdacht schöpfte. Dann wäre Billet de Kitt, als er Schüsse hörte und nicht so dumm gewesen, zu dem Haus in der Schusslinie zu rennen, also wie es Brüche Bill Roberts angeblich gemacht hat, laut seinen eigenen Worten. Billet de Kitt war rücksichtslos, aber er war mit Sicherheit nicht dumm. Außerdem wäre Brüche Bill Roberts, also hier, was er behauptet hat, in die Schulter geschossen, in den Kiefer geschossen, quer übers Gesicht geschossen, also sprich Streifstoß. Wenn er so schwer verwundet, ja, wie erwähnt, wie er behauptet hat, nicht in der Verwassung gewesen, sofort zu reisen. Es ist kein Hollywood-Film, also hier, es ist nur eine Fleischwunde, in der Männer mit einer halben Schulter herumlaufen, als wäre es ein Papierschnitt. Schusswunden, wie Brüche Bill sie angeblich erlitten hatte, hätten ihn tagelang bewegungsunfähig gemacht. Und wenn Kerit ihn wirklich in den Kiefer geschossen hätte, hätte es eine sehr hässliche, entstellende Narbe in seinem Gesicht gelassen. Aber wenn man sich Fotos von Brüche Bill Roberts ansieht, ist er überhaupt keine Narbe. Wir haben auch, also hier, laut Brüche Bill Roberts sein, außer Frank Lobato, der Benedikt bei seiner Flucht geholfen hat, aber Lobato war zu dieser Zeit überhaupt nicht im Fortsammler da, also einwesend. Hier nochmal kurz das Bild hier. Also hier Brüche Bill Roberts, sieht man hier irgendwelche, hier angeblich quer übers Gesicht geschossen, also großer Schreibschuss, sieht man hier eine große Narbe übers Gesicht, nein, sieht man hier irgendwo, eine verhalte Wunde, also hier, sprich, er wurde angeblich in den Kiefer geschossen, also hier ins Kinn. Auch nicht. Ich habe das Gefühl, hier auf diese Person, also Bill Roberts, wurde in seinem ganzen Leben nicht einmal einen Schuss gegeben, also sprich, der hat nie einen Schusswunde erlitten hier, Brüche Bill Roberts. Also ich tue das jetzt lassen, also ich tue es jetzt nicht weiter hier verfolgen, dann wie gesagt, er war kein Linkcenter, war kein Antifabet, aber das habe ich ja schon mit dem anderen Ding jetzt davor gesagt oder erklärt. Wie gesagt, es gibt überhaupt keine Ähnlichkeiten hier. Benedikt war, wie gesagt, ursprünglich schottisch-irische Abstammung, heute helles Haar, eine helle Hautfarbe und klare blaue Augen. Brüche Bill Roberts, heute dagegen einen eher quadratischen Kopf, eine eckige Kinnpartie, große, aber lange hängende Ohren, durchschnittlich breite Schultern. Benedikt hatte in Wahrheit eher ein ovales Gesicht, ein schmales Kinn, einen kleinen Mund, unter Ohren und sehr schmale, abfallende Schultern. Und wie gesagt, Brüche Bill Roberts hatte graue Augen mit gelben Flecken, Benedikt, wie gesagt, dunkelklar waren. Also Brüche Bill Roberts hatte wahrscheinlich teilweise ebenfalls hispanische Abstammung, also hispanische Vorfahren. Und irgendwo war auch hier mit diesem Tom O'Foljard, ich finde es aber jetzt nicht mehr, kann aber auch sein, das kommt noch hier, also in den beiden Videos, wenn ich dann direkt nochmal auf die beiden Filme eingehe. Also in Wahrheit war auch Tom O'Foljard, hier nicht 14, 14,5, 15, 15,5, wie es beschrieben wird, also extrem jünger als Billy the Kid, also hier, der vorher von Pat Garrett getötet worden ist, Tom O'Foljard, und in Wahrheit hieß der nicht O'Foljard, sondern nur Tom O'Foljard. In Wahrheit war der sogar ein Jahr älter als Billy the Kid, also sprich, Billy the Kid wäre 1859 geboren, Tom O'Foljard, also nicht in Wahrheit, also in Wahrheit, O'Foljard, nicht O'Foljard, war in Wahrheit 1858 geboren, also war sogar ein Jahr älter als Billy the Kid. Also auch Quatsch, wie es da gezeigt wird. Gut. Soviel dazu, jetzt mache ich noch zwei weitere Videos, nur zu den Filmen, also was im Film da falsch dargestellt wird. Ciao.